Ich habe euch in dieser Woche ein Thema mitgebracht, wo wir endlich mal über Positive hier an dieser Stelle sprechen können. Und zwar geht es um das 365-Euro-Ticket für Schüler und Azubis. Das soll es nämlich ab September in Mainz geben. Möglich macht das der Biontech-Geldregen, den die Stadt bekommen hat. Und die Stadt hat sich jetzt zu einer Maßnahme entschieden, um das Geld an dieser Stelle mal für Mainzer Bürgerinnen und Bürger weiterzugeben. Mit einem Millionenzuschuss zu den Mainzer Verkehrsgesellschaften ist es möglich, quasi dieses 365-Euro-Ticket ab September zum Schuljahrsstart für Schüler und Azubis umzusetzen. Aus meiner Sicht ein total überfälliges Signal. Es wird schon seit Jahren über dieses 365-Euro-Ticket gesprochen. Passiert ist aufgrund der finanziellen Situation der Stadt nichts. Nur umso konsequenter, dass es jetzt endlich umgesetzt wird. Aber jetzt kommt, wie so oft in dieser Kolumne, das große Aber. Es muss auch generell über das 365-Euro-Ticket nochmal debattiert werden. Denn ich erinnere mich an dieser Stelle an den OB-Wahlkampf 2019. Da war das auch ein großes Thema. Es gab eigentlich kaum jemanden, der groß dagegen war. Alle haben es befürwortet. Passiert ist aber nichts. Das lag fairerweise auch an Corona. Die Fahrgastzahlen gingen nach unten. Wir hatten als Gesellschaft und Politik andere Probleme. Aber ich finde, jetzt muss die Diskussion über das 365-Euro-Ticket neu aufgerollt werden. Denn es geht in der Verkehrswende auch und vor allem um einen attraktiven ÖPNV. Und Attraktivität des ÖPNV neben einer entsprechenden Taktung der Fahrgeschäfte kann nur erreicht werden durch eine attraktive Preisgestaltung. Das ist im Moment zu teuer. Die Tickets sind zu teuer. Auch dort muss die Politik eingreifen. Deswegen kann diese Einführung jetzt für Schüler und Azubis nur der erste Schritt sein. Und das 365-Euro-Ticket muss in Zukunft weitergedacht werden. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche. So.